Wir werden ja abgezogen von den... Konnichiwa meine lieben Ninders und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Move Order zusammen mit MGBOXMETZ! Guten Tag! Da schauen wir mal, was die Runde jetzt bringt. Koller, Quay, was weiß ich, Farbrausch. 5, 4, 3, 2, 1... Ja, das hab ich. Ah, shit. Ja, dass du mir gut nachgelaufen bist. Ah, ich bin erst unten lang und dann nochmal nachgelaufen am Ende. Rückschlag, das hatten wir lange nicht? Ja. Äh, mein Controller geht grad nicht mehr. Ist ja nabeigetreten auch. Geht der echt nicht? Nee. Batterien leer oder was? Nee, ich hab ja... Angesteckt. Okay. Ah, super. Geht's dann jetzt wieder? Toll mitspielen. Weiß ich nicht. Seh ich ja gleich. Ganze A drücken? Ja, jetzt geht's. Und ich drücke die A drücken. Ach, Hut denkst du das? Ja, ist ja egal. Nee, ist es nicht. Ist ein Unterschied. He, er zieht hier davon. He, er hat das Ding schon wieder. He, er klaut mir das Ding direkt. Pff, ich komm da nicht hoch. Er macht n smiley. Was soll'n des? Nein, er nimmt's mir in letzter Sekunde weg und gewinnt deswegen. Komm mal. Was? Du hast gewonnen? Nee, er hat gewonnen. Hä? Okay. So war's dann du hin, du große Aufnahme. Keine Ahnung. Ah ja, komm. Hab ich einen? Ich hab keinen! Was? Warum? Wollen die mich verarschen? Wollen die mich verarschen? Er gewinnt. Lächerlich. Yes! Ah! Vorfresh! Ja, aber putzt drauf. Hoffentlich können wir das so halten. Ready? Go! Ah, die Kackme! Perfekt gejumped. Hab gewonnen. Ja, ich komm da nie hoch! Ich normalerweise auch nicht. Aber manchmal läuft's halt, ne? Ja? Bei mir grad rückwärts und gegen die Wand. Jetzt kommst du wahrscheinlich. Ja, doch nicht. Easy! Ähm. Mal zweiter. Doch! Zweiter! Wow! Wundert mich. Geister Schräg! Geister Schräg! So. Der andere musste ich's durchlesen. Wahrscheinlich, ne? Ne, ist wieder einer beiget... Ah, noch einer! Woaa! Ich war gar nicht hier! Ich war doch fast geschiebt, oder? So knapp aneinander gestanden! Nein! Diesmal hab ich dich. Ich hab's dich gesehen! Bam! Puh! So! Äh, shift the ground! Ready? Go! Ja, wo hin mit mir? Haha! Nein! Ja, komm! Auf einmal kann er den Monsterstoß ausfahren! Geh weg von mir! Haha! Auf der Ehe wär auch hier oben! Das ist nur ein Ding! Ohne Witz! Ein Block! Komm, Mann! Wir wollen dich verarschen! So, Hutjagd! Auch wieder die Kack-Map! Ah, wieder falsche Seite! Man muss einfach Glück haben bei dem Modus! Ja, komm! Könntest du auch mal Danke sagen für das, dass ich den anderen vom Kopf nehme! Ah, aber nicht Danke, dass du mir den vom Kopf nimmst! Bitte, bitte! Ich bin in dir gelaufen, wohlgemerkt! Rückschlag! Da bin ich vorhin instant gestorben! Vor dir, obwohl du nicht mal da warst! Was macht ihr denn? Nein! Warum?! Boah! Er stirbt zuerst! Na, du bist denn... Er war zuerst gestorben! Schnell auf! Jetzt kann mal keiner cheaten! Na, ist nicht die gute Mapp! Wie schnell läuft der da rüber? Was ist bei ihm verkehrt? Übel. Ja, come on. Was ist bei ihm verkehrt? Der Wahnsinn. Alter, Schäde. Wir werden hier abgezogen von den. Oh, was ne riesen Map. Oh. Oh, boah, wirklich. Boah, noch weiter von mir weg hätt's nicht gehen können, oder? Wer hat's? Ich. Huuu. Na, holst du dir mal wieder endlich Punkte? Ja, brauch ich, ja. Ja, brauch's. Ja, nimm mir die Dinger weg, weißt du. Ne, come on, nicht mal als zweiter, glaub ich. Ne, dritter. Ich bin zweiter. Lächeln, ich hute dir auch übertreibter Typ wieder. Na, wieder die Kack-Map. Na, wieder die falsche Seite gelaufen. Ja, genau. Come on, komm doch mal runter. Ne. Ah, come on. Er nimmt's mir weg, ich werd nicht mal zweiter, come on. Nicht mal zweiter. Doch, zweiter, okay. Ah, hab ich genau ausgerechnet. Natürlich, Brudi, natürlich. Er hüpft auf mich drauf, come on. Wen will er verarschen? Grün zieht uns ab. Wir müssen echt grün besiegen. Shifty ground. Das ist ja nicht weit. Grünes Dawn, nice. Fuck. Er teleportiert sich nach oben und verkackst dadurch fast. Ne. Wo, wo, wo? Ich war aber als letzter, oder? Ja. Weil ich noch gesprungen bin. Ja, ja, ich bin noch gesprungen. Nicht blocken. Ich hab eins. Oh, du hast hoffend. Krieg. Fuck. Wo? Rechts? Links. Und er blockt mich. Er blockt mich. Was ein Ficker. Wo kann man schreiben? Nein, man kann nicht schreiben. Yes, instant. Ich wollte gerade schreiben, fuck you, ohne Witz. So was geht gar nicht. So, Rückschlag. Ready, go. Ja, come on. Puh, das war knapp. Ja, ja. Hey, er ist doch raus. Ja, geht doch. Sauber. Schön oben gegen gehauen. Da bin ich in Führung. Geisterschreck. Ich muss Gas geben, Mann. Ja, aber das ist knapp, ne? Was mach ich? Weg hier, weg hier, weg hier. Zum Glück bin ich runtergefallen. Ach, komm, und dann bleib ich an dir hängen. Er ist da oben. Wegs oben im Eck. Ja, ich seh's. Easy. Puh, da bin ich als erster an den Punkten. Ja, der Wampi übertreibt da eh wieder. Man muss den irgendwie aufhalten. Kann man blocken hier? Nein. Schade. Guck, wie er hier drüber hüpft. Wie ein junges Reh. Und er auch. Übertreibs nicht. Yes. Aber trotzdem nur der Zweiter. Was? Er war vor dir, Wampi. Bei mir war ich vor ihm. Und bei mir war er vor dir. Wow. Er hat direkt den... Come on. Den come on? Ja, den Hut. Ja, ich krieg ihn kein einziges Mal, ne? Jetzt hab ich ihn. Eine Millisekunde! Ja, ich hab ihm viel zu wenig. Keine Chance, nicht mal Zweiter. Nicht mal Dritter. Nicht mal. Null Punkte gibt es. Hey. Weichner Boden. Wampi müssen wir echt aufhalten. Ja. Leichter gesagt, alles getan, ne? Nicht schieben. Oh! Mann, hör halt auf, weil wir gegen grün müssen. Wie gut das war. Erst sagst du, wir müssen gegen grün, und dann schickt er mich runter. Was soll die Scheiße? Ja, fell. Keine Matenten gemacht, aber nö, er muss schieben. Bist ein Penner, weißt du das? Na, schiebt mich rein! Ja, da. Come on. Bist du selber schuld. Er hört dir nicht anders. Fick dich. Ich lauf nur grün hinterher, die ganze Zeit jetzt. Du gewinnst es. Go. Ah, come on. Grün ist mir, komm. Grün gewinnt, come on! Das gibt's nicht! Geisterschrank. Ich hab gemeint, du rennst nur grün nach. Ja, aber dann wurde ich geblockt, und dann ging das nicht mehr. Ja, er war da. Ach, ist schon. Grün ist schon tot. Okay. Wer? Ich? Ach, komm. Ich hab genauso schnell gekürzt. Ich verstehe die Frage nicht. Bist du die andere? Jawohl. Ich bin da auch. Oh, come on, ich werd geblockt! Ich sterb. Ich kann da auch, letzte. Ich bin aber auch da. Oh! Oh! Lila! Er meint, nicht grün. Und ich hab auch einen Punkt. Pullst du Druck? Die Kacken. Ich schaff's nicht hoch. Oh, come on, grünen blockt doch nicht. Jetzt hab ich's hochgeschafft. Easy, gewonnen. Ja, komm, grünen. Ja, komm grünen. Fick dich. Huh! Ach, zweiter zumindest. Aber Hutjagd. Gutjagd. Kommt ihr wieder auf der anderen Seite. War doch klar. Nein, ich komm nicht mehr rein. Ich bin da. Er grämt. Lecherlich. Aber immer ein zweiter. Ja, mit grün zusammen. Echt? Oh, come on. Ready? Go. Grün enteuer, grün, grün, grün! Ja, tue ich ja! Pinker gewonnen, okay. Ich bin zweiter. Ich war dritter. Grün letzter. Hä? Ich kam von der Seite. Hab da oben irgendwas zappen sehen und dachte mir, nimmst du mit. Ich dachte, dass du grün ausschaltest. War schon dran. Ah fuck ey, ich komm da nicht so schnell rüber. Was? MG gewinnt. Yes! Immerhin nicht grün. Immerhin nicht grün. Immerhin nicht grün. Ohne Witz! Ohne Witz! Ich weiß es nicht. Er hat gescheatet. Aber er meint, sollte ich zweiter werden, denke ich. Oder? Ja. Alter. Rückschlag. Kopf an Kopf rennen zwischen uns beiden, ne? Ja. Ja, grün ist da. Nein! Ah, ich. Yes! Ich komm auch noch mal ein bisschen ran. Ja komm, du willst noch mal mitspielen hier. Haha, die sind beide tot. natürlich blockt er dich warum das war gelb das war pink ist ja egal hässlich was kann man nicht blocken nicht blocken grüne stone ja wollte nur geblockt haben schon mal block ihm mal bitte danke ich helfe ja gern unten oder rechts oder links ja links ja dann nämlich so egal grün wieder bisschen aufgeholt aber dann muss ich dir schon helfen der grün soll nicht gewinnen das sowieso nicht ach komm ich hüpfe genau in die lücke er konnte noch kommen ist nicht gesprungen der ist geportet echt habe ich nur drauf geachtet weil ich selber ja ist schon klar aber ich habe wieder grün hinter das ja in dem video noch mal sehen sogar gewonnen obwohl ich nur grün hinterher gelaufen bin ich habe extra geschaut dass ich auch lila ein bisschen dezimieren geister schreck auf der kleine map ja verkackt er holt mich come on sein ernst wo ist grün hier links ist er glaube ich der da oben ja yes ich habe ihn extra noch geblockt damit er nicht weg laufen kann fahrer auf nachfache das musst du gewinnen doch nicht auf der map nachher aber grün ist auch nein ich will dich nicht blocken ich will den anderen naja come on aaaaaaah egal hauptsache grün nicht gut jakt wieder war wieder falsche richtung hihihi ja lass ihn da oben lass ihn da oben lass ihn da oben passt 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 vor grün kommen verstehst du ja leider nicht geschafft aber egal da müssen wir schon zusammen arbeiten passt der ist gleich weg ah ich renne rein fuck 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 wo 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 kommst du nicht hoch oder schade ich war doch schon in der luft putztruppe kommen putztruppe gewinnen und dann noch ein spiel gewinnen ich bin ganz unten das ist die unsichtbare er hat er hat ein bisschen was höheres level ist wir zwei na wahrscheinlich und man den anschein haben der spielt wahnsinnig gut sagen immer ein zweiter werden damit ich nicht so viel abzukriege und damit ich nur noch eins gewinnen muss und er will noch rankommen und die riesen konnte ich ihn weg blocken nein fuck fuck er kann mich weg blocken locker er macht aber nicht spring durch das war halt auch mal ein gegner nicht immer so komische leute und kriegst noch eine kiste wahrscheinlich ja also ich habe auf jeden fall level ab direkt zwei level ab sogar ich habe unüblich mode boss fight freigeschaltet und selten mode heavy bullets okay ja ich würde sagen wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da wenn ihr nichts verpassen wollten abo schaut aber in so einem anderen videos vorbei bis dann noch drei schau schau